Hi Freunde, hier ist wieder euer Patrick von Auswanderungsziel Ungarn und heute soll es um den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gehen. Und er war mal wieder im Koschutradio und hat dort ein Interview gegeben über die Inflation, Migration und natürlich über den Ukraine-Krieg. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, die wichtigste wirtschaftspolitische Maßnahme soll der Kampf gegen die Inflation sein. Und weiterhin sagte Viktor Orban, dass die großen Lebensmittelketten und die multinationalen Konzerne sich wie Preisspekulanten verhalten und die Preise ohne Grund einfach in die Höhe treiben und erhöhen. Und in Folge dessen hat halt die ungarische Regierung unter Viktor Orban Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel die Preisdeckelungen, die Pflichtrabatte und die Zinsen wurden eingefroren. Und die ungarische Regierung hat sich ein Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres die Inflation unter 10% zu bekommen. Ja, jetzt werden einige sagen, ja aber in anderen Ländern ist die Inflation doch schon viel niedriger und ja warum ist denn die dann so hoch, wenn da alles so gut ist und bla 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 und warum nur bis 10% oder unter 10%? Ja, Leute, ihr werdet selber sehen, wenn ihr in Deutschland, da ist ja glaube ich angeblich bei 7, irgendwas einkaufen geht und die Preise sind bestimmt nicht nur 7, noch was Prozent hochgegangen, auch einige andere Dinge. Und das, ja, das ist alles einfach Quatsch und solange wie die Leute das nicht verstehen und mitmachen, können die ihre Zahlen weiterhin schönigen. Aber für Ungarn wäre es gut, wenn wir unter 10% das hier schaffen würden. Das ganze Land kämpft halt gegen die Inflation und gegen den Anstieg der Lebensmittelpreise. Und es gibt halt einige, die sich daran nicht beteiligen und daraus noch profitieren wollen. Und das ist ja wie überall, die das ausnutzen wollen, die sich die Taschen voll machen wollen. Und da sollte man halt dagegen angehen, ja, die bekämpfen die Inflation nicht mit, sie profitieren davon. Und die Verbraucherschutzbehörde hat jetzt schon über 3 Milliarden Foren an Bußgeld verhängt. Und nur so kann man das stoppen, indem man die Leute bestraft, wer da nicht mitziehen will. Ja, Viktor Orban war im siebenbürgischen Bad Tuschnath und sagte selber, die Reaktionen sind spannender als seine eigene Rede selber. Und er möchte halt die Zusammenarbeit mit der slowakischen und der rumänischen Regierung, ja, erweitern. Und er sieht dort sehr große Möglichkeiten, wenn diese beiden Länder das auch wollen. Und er möchte ein gutes Verhältnis mit den neuen rumänischen Ministerpräsidenten aufbauen und lobt ihn sogar, er sei jung, stark und agil. Also wenn das Ministerpräsident Orban zu jemandem sagt, kann der sich schon glücklich schätzen. Er teilt auch gegen die Linken und Liberalen in Ungarn aus, sie lesen nicht, sie verfolgen keine aktuellen Ereignisse, die passieren. Und alles was neu ist, wollen sie nicht akzeptieren. Er sagt auch, dass einiges davon, ja, gefährlich ist. Damit hat er ja auch recht, aber anderes wiederum inspirierend. Und ja, schade ist halt, dass er dazu keine Beispiele nennt. Das wäre schön gewesen, wie er das sonst so macht. Aber ja, jetzt muss man halt abwarten. Vielleicht nennt er die dann noch. Wenn nicht, ja, dann kann man sich das halt nicht so richtig hineininterpretieren, was er genau meint. Über den Ukraine-Krieg betonte er wiederum, dass zu jeder Zeit es nur sinnvoll ist, über den Frieden und den Waffenstillstand zu reden. Und es gibt nur einen Weg. Und ja, das ist halt, dass man das diplomatisch löst. Einen anderen Weg gibt es nicht. Alles andere geht der Krieg weiter. Es gibt Unruhen. Andere machen sich die Tasche weiter voll. Es gibt nur den Weg mit der Diplomatie. Ja, die Ukraine wird ja nur noch mit westlichem Geld am Leben gehalten. Und er sagt selber, dass sie dadurch die Souveränität verloren haben. Und der Krieg geht nur so lange, bis es keine Milliarden mehr von der USA gibt. Wenn sie das einstellen und die EU ihre Gelder einstellt, beziehungsweise die Waffenlieferungen, dann ist der Krieg Geschichte. Orban teilt auch weiterhin gegen die EU aus, da sie ja Gelder von den Mitgliedstaaten verlangen. Auch von Ungarn. Obwohl sie Ungarn noch keinen Cent bezahlt haben. Sie tun Ungarn extrem viel Geld noch schulden und wollen Geld haben. Und Viktor Orban sagt auch, er wiederholt, dass der Grenzzaun und der Grenzschutz mittlerweile zwei Milliarden Euro gekostet haben, wo die EU bis jetzt nicht einen Cent bezahlt hat, mit dazu gegeben hat, obwohl es ja nicht nur Ungarn schützt, sondern die EU Außengrenze. Ja, und das ist eigentlich eine Frechheit, dass dort nicht irgendwo mal ein bisschen Geld fließt. Und aus dem Wiederaufbaufonds hat er bis jetzt, also Ungarn, auch noch keinen Cent gesehen. Ich denke mal, die werden auch nichts bezahlen. Und ja, die EU hat ja jetzt mittlerweile 70 Milliarden gezahlt. Aber für wen, das weiß keiner. Es wird nirgendwo dokumentiert, wo das Geld hingeflossen ist. Das sind nicht ein paar Peanuts, das sind 70 Milliarden. Und er möchte das halt wissen. Er möchte, dass das aufgeklärt wird. Und ja, die Wirtschaften in der EU haben zu kämpfen. Und Gelder fließen irgendwo hin. Niemand weiß wohin. Die Gelder wurden von den Mitgliedstaaten, von den Bürgern der Mitgliedstaaten erwirtschaftet. Und ja, keiner sagt, wo das Geld hingeflossen ist. Und nun zur Krönung wollen sie weitere 100 Milliarden Euro bezahlt bekommen, auch von Ungarn. Und ja, Ungarn boykottiert das jetzt. Und ja, ich finde, das ist zu Recht so. Sie sollen erst mal das Geld bezahlen, was sie bezahlen sollen. Und sollen sagen, wo dieses Geld hier, diese 70 Milliarden überhaupt hingeflossen sind. Weil nicht, dass ich, wovon ich ja wieder ausgehe und einige andere auch. Einige sich die Taschen voll gemacht haben damit. Und jetzt sollen die nächsten 100 Milliarden fließen, wo sie sich wieder die Taschen voll machen. Die EU hat kein Geld mehr. Sie ist pleite. Das sieht man hiermit. Und sie verlangen schon wieder Geld, obwohl alle Länder selber zu tun haben. Da der Krieg, ja zum Beispiel schon, nur alleine für wirtschaftliche Auswirkungen, ja, es gibt wirtschaftliche Auswirkungen dadurch. Und extreme wirtschaftliche Auswirkungen für viele Länder. Und statt zu sagen, man beendet halt den Krieg und man liefert nichts mehr oder so. Nein, man liefert weiter Waffen, man gibt weiter Geld hin. Die Länder, die Mitgliedstaaten selber benötigen. Und ja, und dann kommt noch hinzu, man boykottiert noch, dass man russisches Gas nimmt. Die eigenen Wirtschaften, die sind ja nicht so kaputt. Man schadet sie dadurch noch mehr und gibt ihnen noch den Rest. In Deutschland wird man das bald mitbekommen. Und zur Migration betont er nochmal, dass Ungarn keine Migrantenquoten und keine Migrantenghettos haben möchte. Und niemand, egal wer, egal ob das Brüssel, die EU ist oder sonst wer, sagt Ungarn dort irgendwas oder schreibt das vor. Wenn Ungarn das nicht möchte, dann wird das nicht gemacht. Fertig, aus, Ende. Und Ungarn will sich nicht ruinieren lassen und will auch nicht das extreme Risiko, was damit verbunden ist, eingehen. Und wenn Ungarn das nicht möchte, dann sollen sie das lassen. Jede Nation soll selber entscheiden, was sie machen möchte und was nicht. Und da hat keiner irgendwas reinzureden. Und das Risiko ist nun mal extrem hoch. Man muss nur in anderen Ländern schauen. Und ja, die Ungarn wollen das nicht. Ganz einfach. Und dann gibt er ein kleines Beispiel. Italien, Italien war ja vorher auch immer dagegen. Und hat sich ja dann, ja, ich sage mal, hat halt die Hand aufgehalten und hat sich halt gedreht. Und einige Wochen später gab es ja dann komischerweise 19 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds. Und Ungarn hat natürlich bis heute keinen Cent gesehen, weil sie halt ihre Richtung nicht ändern. Und dann gibt es halt nichts. Dann gibt es keine Milliarden Euro oder Millionen. Da gibt es überhaupt gar nichts. Und ich finde das stark, dass Viktor Orban und die ungarische Regierung da so stark bleibt und sich nicht verbiegen lässt. Egal, das Geld könnten sie gut gebrauchen. Aber dann muss es halt ohne das Geld gehen. Ganz einfach. Man darf sich aber nicht verbiegen lassen und nicht die Bevölkerung belügen und einfach Leute reinlassen. Das geht nun mal einfach nicht so. Und wenn man sieht, was an den Grenzen schon wieder los ist, dass sich dort Banden bekriegen, die ungarische Polizei geht dort rüber, nimmt Leute fest und wird auch noch beschossen. Ja, und solche Leute soll man dann rüberlassen. Das kann man ja wohl vergessen. Und weiterhin sagt er, wenn man alle reinlässt, ohne etwas über die Menschen zu wissen. Und die Menschen kommen ja von einer anderen Kultur. Und wenn man dann die alle reinlässt, werden es ja immer mehr. Und immer mehr so kommen, wollen sich ja keine integrieren. Und ja, sie übernehmen dann im Endeffekt das Land. Und man verliert die Kontrolle über sein Land und über die ganze Situation. Und er sagt dann, man fühlt sich im eigenen Land dann als Eingeborener und sein Land wird zerstört. Und genau so ist es. Man sieht das in einigen anderen Ländern, dass die Kultur, dass das Land zerstört wird, dass zu viele drin sind. Sie möchten sich nicht integrieren. Ihnen ist das egal, was dort passiert. Sie möchten nur Geld abfassen. Und ja, das ist halt das Schlimme. Und ich finde, wie gesagt, das stark, dass da Viktor Orban und die Fidesz-Partei, die ungarische Regierung stark bleibt. Und das halt nicht mitmachen will. Ja, ansonsten lasst ein Abo da, ein Like. Teilt meine Videos um meinen Kanal. Schreibt unten was in die Kommentare, wie ihr die Sache seht. Ich würde mich darüber freuen, wenn man einen Kommentar darüber liest, wie verschieden die Meinungen vielleicht sind oder wie die Meinungen vielleicht doch nicht verschieden sind. Und man sieht es ja, dass immer mehr Leute weggehen. Es hat halt die gewissen Gründe. Jeder hat seine Gründe. Aber beim meisten sind die Gründe die gleichen. Und wie gesagt, folgt mir noch auf Getter und auf Telegram, wenn ihr möchtet. Und ansonsten soll es das jetzt gewesen sein. Euer Patrick von Auswanderungsziel Ungarn. Macht's gut. Ciao, ciao.